Nightwalker Part 6 Wir haben den Kampf gewonnen gegen die üblen Schlangen 14 Erfahrungen gewonnen Schlangenzahne halten Reno Level 3 So fängt der Video gut an So, dieses Tor hat uns die Aufrufe bestellt dass wir denjenigen, das es gerade geärgert hat oder gesagt hat fang mich doch, dass wir ihn töten sollen Äh, irgendwie sträubt es mich ihn zu töten denn ich habe keinen Grund dazu nur um durch dieses Tor zu kommen das finde ich noch ein bisschen arg sprechen wir noch mal mit dem Tor vielleicht können wir ein Ultimatum stellen ich sehe noch keinen Beweis dafür dass du meine Ehre wieder hergestellt hast ich arbeite noch dran die Ehre eines Tores jetzt stehe ich auf der Kippe ich werde mich später drum kümmern ich werde mich später drum kümmern Zaya Hilfe was ist mit dir passiert? es es ist noch in der Höhle und Jakku ist noch bei ihm lass ihn nicht sterben bitte ok kein Angst ich hole ihn da raus Vater hat das auch getan ok kein Problem kein Problem Jakku wir müssen Jakku helfen denn irgendein eine monströse Erscheinung ist da und wir halten noch immer noch die äh Augen offen nach einem Medaillon das der ehemalige Held verloren hat Adrenalin auf das zweite Vieh ey komm fertig hoffentlich ist das viel schwächer als die Schlangen so heilen wir uns erstmal mit ein wenig Heilkraut deswegen heizt es ja so die Höhle ok die Spannung die in der Luft liegt es ist fast greifbar Renault wird mit einem Mal klar dass hier etwas nicht stimmt Brigitte ich glaube es stimmt auch nicht ok ich denke es ist kaum erwähnenswert dass diese Lightmaps wirklich sehr schön sind sehr 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 schön gemappt speichern wir nochmal mir fällt gerade auf hatte Renault nicht erwähnt wir haben noch 200 Thaler warum ist unsere Anzeige denn auf 0 vielleicht haben wir noch die 200 Thaler irgendwo im Haus falls uns die Möglichkeit noch bleibt kehren wir einfach mal zurück und suchen nach diesen 200 Thaler wo gehen wir jetzt lang oben unten ich würde lieber nach oben denn hier ist nichts aber hier hätte was sein können ich habe das ist wie mein Vater und stelle mich einem oh nein nicht so was komm du hast keine Chance seit unserer letzten Begegnung bin ich schon auf level äh bin ich um ein level gestiegen oh kein Problem der Doppelhieb der kostete nichts oh yeah das war kein Problem für uns Reno der unvergleichliche Reno so Sprungpunkte Moment bitte und weiter geht's wo ist dieses Monster oh lieber eine neue Datei da bist du ja wir müssen hier raus ich bin umkommen dich hier raus zu holen na los wenn du jetzt mitkommst kannst du uns nicht erwischen oh was ist das oh Backe was zur Hülle ist das oh was was war das grössentels das hättest du auch eher machen können geh also bei dir selbst greif oh jetzt fress dir meine Seele oder was interessant ist viel Seelenfresser aha das scheint nicht immer zu funktionieren ich wette das würde uns mit einem Schlag umbringen ha irgendwie aha zieht er uns um die MP ab wo ist jetzt mein Gegenstand au okay irgendwie hat das nichts gebracht halt achso halt nur Vergiftung das ist ja kein Wunder ja danke jetzt habe ich das vollkommen umsonst verwendet gräb hier doch endlich du dümmlicher Dämon oh der hat viel abgezogen der hält viel aus aber wir halten mindestens genauso viel aus okay mein Heilkraut ich habe doch keine Chance oh jetzt stirbt doch endlich geht doch oder herzliche Glückwunsch du hast es geschafft jetzt hast du es wütend gemacht ja wir haben es wütend gemacht mehr das ist doch mein Plan oh 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 Rage In Rage ist es wahrscheinlich Das ist nicht gut für uns Puh, okay Wir werden es wohl dann Im nächsten Video Vernichten müssen In Rage ist es In Rage ist es